Herzlich willkommen bei der EKH Plauen GmbH, Ihrem Spezialisten für Komponenten im Bereich Entsorgungstechnik. Unser inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen wird durch Herrn Klaus Paul vertreten. Für Vertrieb und Finanzen ist unsere Prokuristin Yvonne Bellitz verantwortlich. Die Produktion und Transportlogistik führt und organisiert Lilia Paul. Wir verstehen uns als international ausgerichteter Systemlieferant für Räder und Achsen mit einem leistungsstarken deutschen Produktionsstandort. Unsere Produkte entstehen auf einer vollautomatischen Fertigungslinie, diese beinhaltet neben der getakteten Montage auch die optische Qualitätsprüfung mittels speziell entwickelter Kameratechnik. Ein Roboter übernimmt die Palettierung und Verpackung. Selbstverständlich offerieren wir unseren Kunden auch individuell die entsprechenden Achsen aus Stahl für ihr Endprodukt. Trotz des hohen Automatisierungsgrades ist EKH jederzeit in der Lage auf Sonderwünsche zu reagieren. So werden beispielsweise Sondergrößen für den skandinavischen Markt gefertigt. Die eigene Reifenproduktion trägt einem hohen Qualitätsverständnisrechnung und versetzt uns in die Lage, ein für den Kunden in puncto Preis-Leistung optimales Produkt anbieten zu können. Eine weitere Kernkompetenz von EKH Plauen ist die Herstellung von brandschutzgeprüften Stahlmülltonnen. Unsere langjährige Erfahrung in diesem Segment nutzen unter anderem führende europäische Hersteller aus dem Bereich Feuerungsanlagen. EKH Plauen – Ihr Spezialist für Komponenten im Bereich Entsorgungstechnik.